So, wenn ich das richtig sehe, sind zwischen der Moderation und der Predigt einige aus dem Urlaub zurückgekommen. Herzlich willkommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch eine Bewerbung vom Andreas, mal einen Predigtdienst zu übernehmen, bestanden würde ich sagen. Gerne, immer mal. Wir sind aber im Moment in einer Predigtreihe zum Thema Das Ende der Rastlosigkeit. Da haben wir vor drei Wochen mit gestartet und das erste Thema war eins der größten Probleme, Gefahren des geistlichen Lebens, aber auch der geistigen Gesundheit, das ist Rastlosigkeit und Hektik. Das Gefühl, nicht zur Ruhe zu kommen, immer was zur Ablenkung zu brauchen, immer Beschäftigung zu haben, immer in Eile zu sein, immer im Stress zu sein. Ein Problem, das mit Smartphones, Social Media, den vielfältigen Möglichkeiten der Unterhaltung, die wir heutzutage haben, sicher noch präsenter ist als in vergangenen Jahrzehnten. Vor zwei Wochen sind wir in die Lösung gestartet, nämlich von Jesus zu lernen, sein sanftes Joch auf uns zu nehmen. Und das Joch, das Jesus in Matthäus 11 einlädt, da steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit Jesus Zeit zu verbringen, wie Jesus zu werden, das tun, was Jesus getan hat. Be with Jesus, become like Jesus, do what Jesus did. Das heißt es, sein Joch zu tragen und das wollen wir in vier praktischen Gewohnheiten, geistlichen Übungen, wie auch immer man das nennen möchte, lernen. Letzte Woche Stille und Einsamkeit und diese Woche der Schabbat. Nächste Woche haben wir eine kurze Pause in der Predigt-Serie und kommen dann noch zu den letzten beiden Punkten einfacher Lebensstil und Entschleunigung. Schabbat. Ich bin gestern für meine Verhältnisse zumindest relativ früh aufgestanden, um halb acht, erst mal mit dem Wunsch, Kaffee zu trinken und dann entspannt eine große Runde mit dem Hund zu gehen. Das hätte beides auch gut zwei Stunden später noch funktioniert. Was mich getrieben hat, motiviert hat, aufzustehen, war der Wunsch, möglichst früh mit dieser Predigt fertig zu werden. Um den Rest des Tages oder abends dann noch entspannt genießen zu können, was Gutes kochen zu können mit Zeit und den Druck einer unerledigten Aufgabe, einer unerledigten dringenden Aufgabe los zu sein. Und vielleicht ist es bei euch anders, aber bei mir ist es so, fast jeden Morgen gibt es einen konkreten Grund, dass ich ausstehen muss. Dass ich nicht mehr länger liegen bleiben kann, obwohl ich das eigentlich auch ganz gerne machen würde. Entweder was, was ich erledigen möchte oder was, was ich erledigen muss. Sei es zur Arbeit zu gehen oder Wohnungen aufzuräumen oder was zu unternehmen. Unsere Pflichten und unsere Wünsche, die sind zwei starke Motivatoren für unser tagtägliches Leben. Die treiben uns zu ganz vielen Dingen. Und an sechs Tagen der Woche ist das, wenn es ein gesundes und nicht hektisches Maß hat, sicher auch gut und vollkommen berechtigt. Und wenn wir unsere Pflichten im Griff haben und nicht umgekehrt, dann ist es machbar, dass sie auch nur an fünf oder sechs Tagen unser Leben prägen. Aber mit unserem Verlangen, mit unseren Wünschen, Dinge zu tun, Dinge zu erleben, scheint das schwieriger zu sein. Denn die sind ohne jedes Ende. Es gibt immer was, was wir noch sehen wollen, erleben wollen, kaufen, essen, trinken, besitzen, begegnen wollen. Schon Thomas von Aquin, ein ganz bekannter Theologe aus dem 13. Jahrhundert, stellte sich die Frage, was würde deine Verlangen befriedigen? Was braucht es, damit du zutiefst zufrieden, befriedigt bist? Und die Antwort, auf die er kommt, ist alles. Wir wollen alles und jeden erleben, in jedes Land, jedes Stadt reisen, in jedem Restaurant essen, jedes Naturwunder bestaunen, jeden Partner, den wir begehren, lieben, jeden Berg erklimmen, jeden Luxusartikel besitzen. Unsere Wünsche sind wie unser Vorstellungsvermögen ohne Limit, unendlich. Und wir sind offensichtlich aber endlich mit Grenzen. Wir können nur in einem Ort sein, haben maximal 120 Jahre, wahrscheinlich einige weniger und können nicht alles kaufen, was wir vielleicht haben wollen. Und Karl Rahner, ein Theologe, ebenfalls bekannt aus dem letzten Jahrhundert, vergleicht diesen Grundzustand des menschlichen Seins mit einer unaufgelösten Melodie. Eine Spannung, die entsteht in den Klängen und nicht aufgelöst ist und ständig da ist. Eine Spannung, dass da noch was kommen sollte, noch was kommen muss. Und dieses unendliche Verlangen mit einem endlichen Körper, einer endlichen Seele, einem endlichen Geist, mündet in Rastlosigkeit, in Ruhelosigkeit. Schabbat heißt unser unendliches Verlangen auf den zu richten, der unendlich ist. Und das nicht wie im Buddhismus oder im Stoizismus der Antike, uns von allen unseren Wünschen und Verlangen zu lösen, sondern die auf den Ort, die Zeit, auf denjenigen zu richten und an den Moment zu kommen, wo wir nichts anderes mehr brauchen, außer um zufrieden zu sein. Und das Wort Schabbat, es kommt aus dem Hebräischen oder Sabbat. Ich sage immer Schabbat, ich war mal ein Jahr in Israel, ich hoffe, es ist für euch verständlich. Da ist das so ein klassisches Wort. Das heißt, anhalten, stoppen. Der Schabbat, der Sabbat ist ein Tag anzuhalten, aufzuhören zu arbeiten, aufzuhören zu sorgen, zu wünschen und zu konsumieren. Im Hebräerbrief, Kapitel 11 steht, mit Blick auf den Schabbat, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall kommt. Aber in aller Regel, wenn wir ans Neue Testament denken oder wenn ich ans Neue Testament denke, dann und an den Schabbat, dann kommen mir zuerst die Jesus-Geschichten in den Sinn. Jesus genießt und hält den Schabbat mit seinen Jüngern. Jesus hält den Schabbat, aber er geht über ein Feld und die Jünger nehmen im Vorbeigehen Körner aus dem Getreide und essen es. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sind entsetzt. Nicht, weil es irgendwie ein fremdes Feld ist, von dem sie sich einfach bedienen, das war damals erlaubt, sondern weil es Schabbat ist und jede Arbeit verboten ist, jede Ernte verboten ist. Oder Jesus, der es wagt, am Schabbat einen Kranken zu heilen, sogar in der Synagoge, obwohl er ja auch noch einen Tag hätte warten können. Und für diesen Gesetzesbruch planen die Pharisäer, ihn zu verklagen. Jesus entgegnet mit der vielen bekannten Feststellung des Markus 2, 27. Der Schabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Schabbatwillens. Der Mensch ist nicht um des Schabbatwillens gemacht. Das ist eine Lektion, die wir, glaube ich, gelernt und verinnerlicht haben in 2000 Jahren Christentum. Aber glauben wir wirklich, dass der Schabbat um des Menschenwillens gemacht ist? Oder, dass es schön ist, ein, zwei Tage frei zu haben. Frei zu haben von Schule, von Uni, von Erwerbsarbeit. Frei zu haben, um das Haus zu putzen, den Garten zu machen, die Kinder zu bespaßen, das Aktienportfolio zu verwalten, einzukaufen, den Körper zu optimieren, sich weiterzubilden, was auch immer. Und ich glaube, dass, was am Anfang der Bibel steht, zuverlässig ist. Dass das stimmt, was da steht in den Schöpfungserzählungen. Und dass da beschrieben wird, wie im Kern Gott ist, wie diese Welt ist und wie wir sind. Und ich glaube, dass Gott die Welt nicht in sechs Tagen erschaffen hat. Egal, ob man die Tage wörtlich oder bildlich versteht, sondern in sieben. 1. Mose 2, 2 heißt es, Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott vollendet sein Werk, seine Schöpfung, indem er ruht. Er ist nicht erschöpft nach sechs Tagen harter Schöpfungsarbeit, völlig ausgepowert, dass er jetzt sich einen Tag lang ausruhen muss. Gott vollendet die Schöpfung, indem er ruht. Nicht, weil er keine Kraft mehr hat, sondern um allem, was ist, um jeden Menschen, der lebte, der lebt, der noch leben wird, diesen Rhythmus von Geschäftigkeit und Ruhe, von Anstrengung und Erholung, Aktivität und Passivität mitzugeben. Wenn selbst Gott ruht, welche Erklärung haben wir vor uns selbst, denn wir müssen uns nur vor uns selbst rechtfertigen und vor Gott. Welche Erklärung haben wir, sieben Tage der Woche geschäftig zu sein? Wenn Gott den siebten Teil seiner zugegebenermaßen unendlichen Zeit ruht, wie viel ruhen wir wirklich? Aber Gott ruht nicht nur an dem Tag, er segnet den Tag. Er segnet den siebten Tag und heiligt ihn. Und es ist das dritte, was Gott segnet in der Schöpfung. Zuerst schafft er die Tiere, segnet sie, gibt ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, füllt diese Erde. Dann schafft er den Menschen in seinem Bild, er segnet sie und gibt ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, füllt diese Erde und herrscht über sie, übernehmt Verantwortung für die Tiere und die Pflanzen. Und dann als drittes segnet er den siebten Tag und heiligt ihn. Und es ist eine merkwürdige Liste, wenn man sich das vor Augen führt. Die Tiere, die Menschen und ein Tag, die gesegnet werden. Aus denen in besonderer Art und Weise was Gutes, was Heilvolles, was Schönes entstehen soll. Aber das ist der Kern von Schabbat. Ein Tag, der gesegnet ist. Der nicht ist wie jeder andere und aus dem was Gutes, was Heilvolles und was Schönes entstehen soll. Ein Tag, den Gott heiligt. Das Erste, was Gott explizit heiligt. Und Heilig, Heiligkeit, Heiligung ist ein vielschichtiges Wort, aber die Grundbedeutung ist ganz einfach. Etwas, das Gott gehört. Das in besonderer Weise zu Gott gehört. Und wir schauen uns jetzt zwei praktische Übungen an, wie wir den Segen, die Heiligkeit, die Gott diesem Tag gegeben hat, erleben können. Und das nicht, weil wir das müssen, weil das ein Gesetz ist, was unsere Pflicht ist, sondern weil Gott den Schabbat für uns gemacht hat. Es gibt viele Gebote und Verbote zum Schabbat im Alten Testament, welche konkreten Arbeiten in einer nomadisch-agrarischen Gesellschaft in Bronze- und Eisenzeit verboten waren, die Feuer machen. Es gibt noch viel, viel mehr Regeln in Jesuzeit, wie viele Schritte an dem Schabbat okay waren, welche Notsituationen Ausnahmen gerechtfertigen und so weiter. Aber all das lassen wir zur Seite und blicken mal auf die beiden Kerngebote zum Schabbat im Alten Testament in den Zehn Geboten. Das sind in der Tora, in den fünf Büchern Mose, sind die Zehn Gebote zweimal überliefert. Einmal direkt nach der Flucht aus Ägypten im zweiten Buch Mose und einmal 40 Jahre später im fünften Buch Mose. Und in beiden Texten sticht das Gebot zum Schabbat heraus. Einmal wegen der Begründung. Bei den meisten Geboten fehlt eine Begründung, die stehen einfach so da. Und dann wegen der Länge. Rund 30 Prozent des Texts der Zehn Gebote ist nur das Gebot zum Schabbat. Und im Hebräischen ist es 30 Mal so lang, 30 Mal so lang wie die kurzen Gebote, nicht morden, nicht stehlen, nicht ehebrechen. Zuerst der Text aus 2. Mose 20, 8 bis 11. Der Schabbat als Gebot ausruhen und anbeten. Gedenke des Schabbat-Tags, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Mein freier Tag in der Woche oder mein Schabbat ist der Donnerstag. Und da versuche ich in der Regel auszuschlafen, wenn das vom Nachbarlärm her geht und vergleichsweise viel, nichts zu tun. Wir haben alle zwei Wochen Donnerstagsabends unsere Sauna-Kleingruppe. Die ist hervorragend zum Ausruhen, selbst wenn sich das manchmal freitags morgens nicht so anfühlt. Aber ich nutze diesen Tag auch fast immer, um Dinge zu erledigen. Dinge, die ich an anderen Tagen nicht geschafft habe oder für die ich mir keine Zeit genommen habe. Einkaufen, aufräumen, putzen, Müll rausbringen, Rasenmähen, Arzttermine, Rechnungen überweisen, Wäsche waschen und so weiter. Gedenke des Schabbat-Tags, dass du ihn heiligst. Es heißt hier im zweiten Mose nicht, halte den Sabbat, sondern denk daran. Erinnere dich daran, dass Schabbat ist. Und intuitiv erstmal merkwürdig, dass wir dafür eine Erinnerung brauchen sollten, nämlich für was, was wir ja eigentlich tun wollen, nämlich nicht arbeiten. Vielleicht was anderes, wenn jemand langfristig krankgeschrieben ist oder arbeitssuchend ist. Aber ansonsten sind es, glaube ich, wenig Leute, die sagen, ach scheiße, schon wieder Wochenende, ich kann nicht zur Arbeit gehen, nicht zur Schule, nicht in die Uni, kein Homeoffice machen. Total doof. Und trotzdem die Erinnerung an den Schabbat für uns. Für uns und für die Menschen, über die wir Einfluss haben. Kinder, Angestellte. Sogar für unsere Tiere. Wobei hier Nutztiere gemeint sind und nicht Haustiere. Nicht zu arbeiten, sondern zu ruhen, weil auch Gott am siebten Tag geruht hat. Und ich glaube, die Gefahr ist relativ groß, wenn wir das Gebot lesen oder hören, dass wir unsere Kultur und unser Verständnis von Arbeit auf diesen Text projizieren. Aber da am Sinai, in der Wüste, ganz frisch raus aus Ägypten, da hat niemand einen Job. Da hat auch niemand einen Beruf in unserem Sinne. Eine Erwerbsarbeit, für die man bezahlt wird oder ein Unternehmen, das man leitet. Das heißt nicht, sechs Tage sollst du arbeiten, damit du dein Gehalt bekommst. Und am siebten Tag sollst du dich um deinen Haushalt, deine Kinder, deine Partner, dein Haustier kümmern. Aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Keine Erwerbsarbeit und auch keine andere Arbeit. Und ich glaube, es ist hilfreich zu sagen, am Schabbat mache ich nur das, wofür er da ist. Wirklich nur das, wofür er da ist und das ist Ausruhen und Anbetung. Und beides breit verstanden. Ich mache nur Dinge, die dazu dienen, mich auszuruhen und oder anzubeten. Und daran, die Dinge zu prüfen. Und ausruhen muss nicht nur still da sitzen und nichts tun sein. Auch Treffen mit Freunden oder spazieren gehen mit der Familie oder ein Buch lesen oder hören. Oder ganz verschiedene Dinge können dazu dienen, dass du dich ausruhen kannst, dass du dich erholst. Aber für mich zumindest gehören Aufräumen und Putzen und Einkaufen nicht so richtig dazu. Und ich will versuchen, die jetzt mal auch aus meinem Schabbat zu verbannen. Und Anbetung ist genauso nicht nur singen und Psalm lesen. Auch Gott mit dankbarem Herzen ein gutes Steak essen kann Anbetung sein, das zu genießen. Die Herrlichkeit der Schöpfung draußen zu bewundern. Im Einklang mit seinem Willen zu leben. Auch das alles kann Anbetung sein, wenn unser Herz Gott dafür dankt. Also, erster Punkt. Schabbat als Gebot. Prüfe alles, was du tust am Schabbat. Ob es dazu dient, dass du dich ausruhst und Gott anbetest. Wenn ja, dann go for it. Wenn nein, machst du es vielleicht besser wann anders. Der zweite praktische Punkt ist, Schabbat als Verbot aufhören. Im fünften Buch Mose, Kapitel 5, wieder die zehn Gebote, heißt es. Beachte den Schabbat-Tag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Schabbat für den Herrn, dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Schabbat-Tag zu feiern. Und hier ist direkt im ersten Wort schon der erste Unterschied zu dem Text aus 2. Mose. Beachte den Schabbat oder wörtlich beobachte den Schabbat, halte den Schabbat. Nicht eine bloße Erinnerung, sondern eine klare Anweisung, den Schabbat zu halten. Und auch die Begründung ändert sich und die aufgezählten Personen ändern sich. Dein Sklave und deine Sklavin. 2. Mose tauchen die gar nicht auf. Hier werden sie gleich zweimal genannt. Damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und das heißt nicht mehr, weil Gott ruhte am siebten Tag, sondern denk daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten. Dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand, mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Schabbat-Tag zu feiern. Und hier hebt das eine das andere natürlich nicht auf, sondern ergänzt es. In Ägypten waren die Israeliten Sklaven. Und Sklaven heißt ohne Recht auf Ruhe, ohne Recht auf einen freien Tag, ohne Recht auf Schabbat. Und sie waren nicht Sklaven, um das Überleben des Landes zu sichern. Nicht, weil das Land nicht genug Nahrung hätte, weil es an sechs Tagen nicht genug produzieren würde, um alle satt zu machen. Sondern für Luxus, für verschwenderischen Reichtum, für überbordene Prachtbauten. Und die Pyramiden, die sind heute eine beeindruckende Sehenswürdigkeit, ein krasses historisches Bauwerk. Aber in der Zeit sind sie auch das größten, wahnsinnige Grabmal für einen einzigen Menschen. Für einen König mit viel Macht, aber ein genauso gewöhnlicher Mensch wie jeder andere. Für dessen Wunsch nach Luxus, nach Größe, nach Bedeutung, nach Konsum, Abertausende Menschen gezwungen werden, sich zu Tode zu arbeiten und Zehntausende Menschen sieben Tage die Woche ohne Ruhe schuften. Und der Schabbat ist Verbot, ist Widerstand gegen Ausbeutung, gegen Sklaverei ohne Rechte, gegen unersättlichen Hunger nach immer mehr, immer größeren, immer prachtvolleren Dingen. Und Ägypten, dieses bildliche Ägypten, das Schwelgen in mehr und immer neuen, luxuriösen Gegenständen, ist nicht nur ein Problem von Nordafrika vor dreieinhalbtausend Jahren. Das durchzieht unsere so sehr von Konsum geprägte Gesellschaft. Und auch wenn es anteilig vielleicht nicht mehr so schlimm ist, wie vor ein paar Jahrhunderten, die reine Anzahl der Sklaven weltweit, auf dessen Rücken dieser Konsum möglich ist, auch für uns möglich ist, ist vermutlich so hoch wie noch nie. Millionen von Menschen, vermutlich 30 Millionen Menschen, die sieben Tage die Woche zwölf Stunden arbeiten für unsere Kleidung, unsere Elektrogeräte, unser Spielzeug. Den Schabbat zu achten heißt, vielleicht am Schabbat auch auf das Online-Shopping zu verzichten, selbst wenn es dich entspannt. Den Schabbat zu beobachten heißt vielleicht auch, an allen anderen Tagen zu überlegen, wie viel du wirklich brauchst an Dingen, an Gegenständen und wie viel genug ist. Zum Schluss, Schabbat als Gebot. Prüfe alles, was du am Schabbat tust, ob es dazu dient, dass du dich ausruhst und Gott anbetest. Wenn ja, dann tust du es in aller Freiheit. Wenn nein, mach es vielleicht besser, wann anders. Der Schabbat als Verbot prüfe, ob du wirklich noch mehr brauchst oder ob du genug hast. Ob ein unstillbares Verlangen nach mehr nicht auch Sättigung findet in Ruhe und Anbetung. Und der Schabbat als Sonntag. Im Judentum ist der Schabbat der Samstag, der siebte Tag der Woche von Freitagabend bis Samstagabend. Und unser Ruhetag mag begründet aus beruflichen oder anderen Gründen auch mal woanders liegen, aber grundsätzlich ist es im Christentum der Sonntag, der erste Tag der Woche. Und das nicht zufällig und auch nicht nur, um sich irgendwie vom Judentum zu unterscheiden, sondern es ist, weil Gott den ersten Schritt getan hat und den zweiten und den dritten und nicht wir. Er ist Mensch geworden für uns, gestorben, auferstanden, hat ewiges Leben für uns, dass wir uns nicht erarbeiten müssen, dass wir uns auch nicht erarbeiten können. Und so ist auch der Schabbat nicht am Ende der Woche nicht etwas, was wir uns mit sechs Tagen Arbeit und Geschäftigkeit verdienen oder verdienen sollten, sondern am Anfang, am ersten Tag etwas, das uns geschenkt ist, aus dem heraus, wie Ruhe, in Ruhe, in die übrigen Tage starten dürfen und sollen. Ich bin jetzt noch einen Moment lang, auch in Erinnerung an die Predigt von letzter Woche, einfach still sein und Gott in Stille begegnen und dann schließe ich mit einem Gebet. Ich bin jetzt noch einen Moment lang, auch in Erinnerung an die Predigt von letzter Woche, und ich bin jetzt noch einen Moment lang, auch in Erinnerung an die Predigt von letzter Woche, und ich bin jetzt noch einen Moment lang, auch in Erinnerung an die Predigt von letzter Woche, den du gesegnet hast und den du geheiligt hast. Und wir beten, dass du uns lehrst, dieses Geschenk anzunehmen, uns wirklich zu erholen, zur Ruhe zu kommen, dir zu begegnen, dich zu anbeten. Schenk uns, dass wir es in unseren Alltag integrieren, jeden siebten Tag wirklich ganz zur Ruhe zu kommen, ganz in deine Gegenwart zu kommen. Amen.